Nach einer kurzen Nacht im Hotel absolvierte Nasser Barasit heute früh den Medical Check in der Döblinger Privatklinik. In den kurzen Pausen zwischen den einzelnen Stationen konnte der 22-Jährige die hektischen letzten Tage Revue passieren lassen. Und er zeigte sich über seinen neuen Altenverein bestens informiert. Aber natürlich habe ich mit vielen Spieler gesprochen und sie sagten mir, dass der Spielstil besser ist und es geht sehr gut. Und natürlich zeigt es in 7 Punkten die Unterschiede. Das ist sehr wichtig. Es zeigt, dass sie sehr gut machen. Und natürlich bin ich sehr froh, dass ich ein Team mit einem Team sehr gut machen kann. Immer wieder erwähnte er in den letzten Tagen auf seinem Twitter-Account das Wort Patience, Geduld. Doch wie leicht war es für ihn eigentlich, geduldig zu bleiben? Es war schwierig. Sicherlich war es sehr schwierig, weil ich wusste, dass die Negotiations bereits vor dem Ruhm begonnen waren. Also für mich war es schon sehr schwierig. Natürlich war es für mich die Situation in Monaco nicht sehr gut. Also natürlich wollte ich zu spielen, Fußball zu spielen. Also es war sehr schwierig für mich zu bleiben, aber ich hatte gute Freunde, meine Familie, meine Wälder. Also sie haben mich auf die Fokus gehalten. Das war das wichtigste. Was von Monaco übrig bleibt? Eine sportlich nicht erfolgreiche Zeit, aber viele neue Erfahrungen. Du bekommst viel Erfahrung und ich denke, es sind zu viele Erfahrungen, um es zu sagen. Aber ich habe viel gelernt und in einem positiven Weise. Aber natürlich bin ich sehr glücklich, dass ich jetzt hier bin. Viel Stress in den letzten Tagen bei Nasser Barasit. Zeit zum Ausrasten bleibt aber trotzdem keine. Ich denke, es ist sehr, sehr schwierig, dass ich jetzt ein Rest aufzunehmen. Denn natürlich mit den Medien, mit dem Klub, muss ich wieder beginnen trainieren, um wieder fit zu werden. Also ich denke, es ist schwierig, dass ich noch ein paar Pause bekomme. Aber morgen beginne ich wieder mit den Tests, mit Martin. Ich denke, es wird schwierig sein, dass wir zwei Trainingssessionen haben. Also ich denke, es ist kein Rest aufzunehmen für mich. Bis zum Mai vielleicht. Ja, bis zum Mai, ja, genau. Genau, genau. Zwei Wochen bleibender Mannschaft bis zum Meisterschaftsauftakt. Zwei wichtige Wochen für Nasser Barasit. Der Plan für mich in den ersten oder zwei Wochen ist, dass ich so fit bin, wie möglich bin. Ich muss viel trainieren, um fit zu werden und um wieder zu spielen zu werden. Es war sehr anders als Monaco und der Liga 2 in Monaco und Frankreich. Also muss ich mich an das. Aber ich bin nicht über die Adapte oder zu spielen in der Team. Und wie ich vorhin habe, kann ich in jeder Position in der Mitte spielen und in jeder Position in der Mitte spielen. Also kann ich irgendwo spielen spielen. Also geht es um den Trainer, wo er mich auf dem Trainer legen kann.